Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der beliebte Knobbo, ich wünsche dir nachträglich alles Gute zu deinem Geburtstag und deiner gesamten Fangemeinde. Aber mir ist es nicht klar, dass du wirklich schon diese fünfte Konne hast. Du bist ja nur ein ganz jugendlicher Typ. Ja, aber du weißt, mit Corona, das ist mir, ich bin zwar kein Querdenker oder sonstiges Ding da, aber ich bin da schon einer der, ja. Alles gut, Vorderkreuz war noch. Ja, machst du die Hände, machst du den Vorderkreuz? Einmal ein alter Film gemacht. Ah ja, sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Ne, aber trotz alledem her, ja, alles Gute noch. Danke schön. Ich bin, tschüss. Ja, der Knobbo ist ein lieber Kerl, ein guter Metzger, guter Koch und Gastwirt. Für die nächsten 50 Jahre wünsche ich ihm alles Gute. Ach so, die Christina hat gesagt, ich soll mal in den Garten gehen. Man habe ihm eine Südseelandschaft geschenkt. Vielen Dank.